Ich habe gerade so eine geile Bowl hier bekommen und wir schauen jetzt einen Film. Gerade läuft noch ein Border and Family und ich werde mir jetzt hier so Melatonin-Gummibärchen reinziehen. Davon schlafe ich die letzte Zeit echt gut. Ja, hat da jemand Erfahrung mit? Schönen guten Morgen. Wir haben mittlerweile Februar und ich habe meine Neujahrsmotivation noch nicht fallen lassen. Ich gehe immer noch jeden Tag zum Sport. Ich ziehe tapfer durch, aber ja, macht auf jeden Fall krass Spaß. In der Kinderwoche ist es immer ein bisschen schwieriger mit dem Sport, aber dann mache ich so ein paar Übungen zu Hause und so, aber es macht schon Bock. Wie sieht es aus mit euren Neujahrsmotivationen? Stehen die noch oder habt ihr sie schon wieder fallen lassen? Schmeckt gut. Julian, Daumen hoch. Was gibt es noch? Pink Grapefruit und Grapefruit und Peach Passion Fruit. Ich probiere hier. Das war in der K招�. Ich weiß nicht, wie ich jetzt mal mache. Ich habe jetzt noch was, damit ich nachvollziehen. Also ich habe in der Kumpel und sich sie einfach an der Kumpel und schlafen. Ich habe auch in der Kumpel. Und ich habe in der Kumpel eine Kompel und vorher haben sie schon wiederслagte einen Kumpel. Ich habe auch in der Kumpel. Ich habe in der Kumpel. Und ich habe hier in der Kumpel. Und ich habe in der Kumpel. Ich habe in der Kumpel. Und ich habe hier in der Kumpel und ich habe in der Kumpel. Und ich habe es schon wieder gerne sehen. zu zeigen, wir sind schon wieder, es ist gestern auch passiert, da sahen wir genau gleich aus von den Farben und jetzt auch wieder. Also ihr habt mich vorher nicht gesehen. Die Zwillinge. Richtig witzig, ja. Gestern hatten wir genau das gleiche und wir haben Lagerstudio. Pink, litzer, krumm.